So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramseyster, die kleine neue Folge Pokemon Go. Ich nehme das jetzt hier am Dienstagabend auf für Mittwochfrüh 10 Uhr, denn eigentlich habe ich für 15 Uhr schon was anderes geplant. Am Mittwoch ist nämlich auch der Raid-Boss-Wechsel, das heißt Chabelle geht weg, Boreos kommt rein. Und ich möchte trotzdem die News vorher rausbringen, dass dann das Raid-Video 15 Uhr ganz normal als Pokemon-Video kommt. Ich versuche eigentlich immer, dass 15 Uhr ein Pokemon-Video kommt und 20 Uhr dann eben eine Premiere, irgendwas anderes, Ramseyster-Kitchen-Unboxing und so weiter. Mittwochs-Unboxings, Dienstag-Target-Tuesdays, Sonntag-Sum-Young-Sundays, also da steckt schon ein Konzept dahinter, was keinem auffällt. Wir haben jetzt den Februar C-Day. Vorher gibt es zwar noch den Januar C-Day Classic mit Porygon, aber das ist ja nur so. Februar C-Day mit Charnera, das ist so ein richtiger, so ein richtiger, wo man also wieder alles komplett hat und auch wieder zwei Spezial-Trades, auf die ich mich immer besonders freue. Da ich gerade versuche meinen Pokédex zu vervollständigen auf dem Habanero-Account. Charnera ist jetzt ein Pokemon, was schon die ganze Zeit im Spiel ist. Ist Kanto-Region, Generation Nummer 1, das passt, das kennt jeder, hat jeder schon gesehen. Natürlich vereint es alles andere, weil dann auch natürlich die Weiterentwicklung und die Vorentwicklung, also das ist übergreifend. Es gab es schon die ganze Zeit auch als Shiny, ist also kein neues Shiny, ist kein neues Pokémon. Ich freue mich trotzdem irgendwie ein bisschen. Weil ich freue mich eigentlich auf jeden C-Day, aber gerade zu Kanto-Pokémon, C-Days freue ich mich besonders. Auch auf die Showcases, auf alles andere und natürlich immer auf unser Battle mit, wer kriegt die meisten Shinies, wer das Erste, wer das Letzte. Wie ihr euch auf Charnera freut, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Alle Infos jetzt noch hier. Der Community Day im Februar mit Charnera findet am Sonntag, den 4. Februar statt. Das ist ziemlich früh, denn der Classic ist auch gegen Ende Januar und dann direkt am Anfang, am 1. Sonntag im Februar, gibt es schon direkt wieder den Community Day im Februar. 4. Februar von 14 bis 17 Uhr, Charnera sitzt überall drei Stunden lang. Wenn ihr Charnera weiterentwickelt, bekommt Hytera eine Ladeattacke vom Typ Elektro, nämlich Stromstoß. Stromstoß finde ich richtig coole Attacke, aber für Hytera weiß ich nicht. Bringt mir glaube ich nichts, Stromstoß auf Sackrom, auf Magnetzone, auf alles, was irgendwie mit Elektro zu tun hat, ist das auf jeden Fall cool. Aber das ist ja kein Elektro-Typ, hat nicht Same-Type-Tag, ist vielleicht jetzt als Überraschung in der GBL. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der in der GBL mit Hytera rumrennt. Na egal, so, exklusive Attacke Stromstoß. Es wird wieder eine Spezialforschung geben für 1 Euro, die könnt ihr wieder verschenken an Freunde, euch selber kaufen. Ich sage ja immer, die C-Day-Forschung, die sind 1 Euro im Monat, sollte man für sein Hobby übrig haben. Ich darf es mir nicht kaufen, wegen Free-to-Play. Meistens übernehmen ihr das ja, meistens freue ich mich auch darüber, denn es macht Spaß, auch im Stream. Weil wir ja jeden C-Day auch streamen, immer 1 Stunde, die wir machen, unseren Contest, streamen wir, die Forschungen da zu lösen. So, Event-Boni, ihr habt wieder alles komplett dabei, vor allem doppelte Fangbonbons, erhöhte Chancen auf XL-Bonbons ab Level 31, Rauch 3 Stunden, zusätzlicher Spezialtausch aus 2-Kilometer-Eiern, schlüpfen von Nera mit einer stark erhöht krassen Shiny-Chance. Wer also das Baby noch als Shiny braucht und noch nicht hat, kann da zuschlagen. Eier, die in Brutmaschinen gelegt werden, schlüpfen 4-mal so schnell, damit sich das auch lohnt, dass ihr richtig viele Eier brütet, richtig viele 2-Kilometer-Eier und ganz viel Geld ausgebt. Log-Module 3 Stunden, tauschen kostet weniger, 50% weniger Staub und natürlich gibt es wieder die Schnappschüsse, die ich jedes Mal vergesse, um halt normalerweise Farbige zu begegnen, aber da begegnet ihr mir dann meistens dem C-Day-Pokémon. Eier ist auch nochmal aufgelistet hier, Vonera auch hier, mit Glück könnt ihr sogar ein schillerndes Exemplar ausbrühen, die Chance ist erhöht auf Vonera. Es gibt die Bonus-Raid-Kämpfe nach dem C-Day, die ich bisher noch nie gemacht habe, ich kenne niemanden, der darüber sein C-Day verlängert oder mir schon mal gesagt hat, dass er dich nutzt zum Verlängern. Ich kenne nur Leute, die das als Herausforderung sehen, zu schauen, ob sie diesen 4er-Raid-Boss mit möglichst wenigen Leuten, also meistens im Duo dann, weil alleine sind die, glaube ich, gar nicht möglich, im Duo versuchen, das zu bezwingen als Challenge, aber sonst nicht. Das braucht man nicht, das kennt ihr ja, das wisst ihr alles, es wird wieder Feldforschungen geben an den ganzen Stops, da bekommt ihr auch nochmal Schaneras raus, Sternstaub, Superbälle, es wird Pokestop-Showcases geben, da freue ich mich auch immer drauf, was man in der Stunde so fängt. Sobald du im Bildschirm siehst, das ist ein riesiges, markierst dir, setzt es in den Showcase, kriegst es ja dann am Abend, wenn der Showcase abgelaufen ist, vorbei ist, auch nochmal richtig coole Items, da sind auch immer hier Glückseier dabei, Sternstücke, Brutmaschinen, wenn du Glück hast, das finde ich auf jeden Fall cool. Bundles hier, Eventboxen, interessiert mich nicht, Pokémon Go Webstore, habe ich noch nie reingeguckt, braucht man nicht, es gibt neue Sticker, die könnt ihr euch dann auch angucken, die kriegt ihr ja sowieso, wenn ihr Geschenke öffnet oder Pokestops dreht, und dann ist hier nochmal Werbung, wenn ihr eine Gruppe sucht, dass ihr hier irgendwo rumwühlen könnt. Beim letzten sieht ihr jetzt, bei Bautz war ja Thomas und Genaya da, bei Porygon weiß ich nicht, Genaya könnte vielleicht Zeit haben und vorbeikommen, ansonsten wäre ich da normal mit Pupsi alleine, außer wenn jemand anderes sagt, für den Seeday fahre ich vorbei. Aber wir spielen ja immer nur eine Stunde, und das ist halt den meisten so lang zu fahren, für eine Stunde Seeday, ist ja Quatsch. Kann man noch essen gehen danach, aber muss man ja jetzt auch nicht. Also ich finde es eigentlich cool, Genera, das Pokémon an sich, auch wenn es kein neues Shiny ist, auch wenn es kein neues Pokémon ist, trotzdem ist Hytera ja gern in Arenen gesehen, also wenn du frisch Hytera reinsetzt, und das hat hier so 3000 WP, und die Leute knüppeln das nieder, dann brauchst du schon ein paar gute Kampf-Pokémon, damit du es überhaupt in der Zeit schaffst, das zu besiegen, sonst beißt du dir die Zähne aus. Verliert natürlich mächtig schnell Motivation, das heißt, nach 2-3 Stunden ist das Ding sowieso fast platt von alleine, sozusagen. Aber es ist immer noch ein sehr beliebter Arena-Verteidiger. Ich habe auch geguckt, dass ich beim Habanero-Account 6 Hytera immer auf der Hand führe, dass wenn ich mal irgendwo ich mich in eine Arena setze, dann einen Hytera reinsetze. Ich vergesse das aber immer. Meistens läuft man oder fährt man irgendwo dran vorbei, sieht, da ist Platz, und das zuletzt gefangene Pokémon wird einfach reingesetzt, und dann denkst du dir, ach so, eigentlich wolltest du Hytera nehmen. Also so wichtig für Arenen ist es jetzt trotzdem nicht mehr, aber damals war das wichtig und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So sechs Stück würde ich da behalten, vielleicht kann ich auch mal eins hochziehen, Hunderter habe ich nicht, Shiny habe ich nicht, kommen da sicherlich welche rein. Finde ich farblich, aber nicht so schön, würde ich da jetzt auch keins aufheben, kann ich alles verschicken. Das war es von meiner Seite aus, das waren die News. Wie sieht es bei euch aus, habt ihr Bock auf den Charnera Seeday? Dann schreibt es in die Kommentare, habt ihr schon einen Shiny, habt ihr schon einen Hunderter? Setzt ihr regelmäßig Hytera in Arenen? Oder sagt ihr, ihr meidet den Tag, weil es ja eh nur ums Brüten geht und um Bonbons? Manche spielen ja für EP, wenn es dreifach EP gibt, manche spielen für Staub, wenn es dreifach Staub gibt, das gibt es hier alles nicht, aber es gibt halt Charnera. Hat was? Gibt besseres? Kann ich nachvollziehen? Gibt schlechteres? Ich werde auf jeden Fall spielen, denn ich spiele jeden Seeday. So, peace out, vorhaut, euer Ramses, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Ach ne, warte mal, jetzt!